Freunde von der Firma O-Light gibt es mal wieder was Neues. Gleich drei neue Sachen und worum es sich hierbei handelt, das seht ihr jetzt. Vom 24.8. bis zum 28.8. hat die Firma O-Light den großen Elite-Sale bis zu 40% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Also schaut da mal rein, da gibt es wirklich jede Menge im Angebot. Gratisbeigaben und unter anderem eine Gratisbeigabe, wo wir weiter am Stichwort waren, ist diese kleine Mini-Taschenlampe für den Schlüsselanhänger. Die IA2 mit einer Reichweite von bis zu 40 Metern, 150 Lumen. Außerdem ist die Lampe akkubetrieben, das heißt mittels USB-C-Kabel kann die Lampe am Laptop-PC aufgeladen werden und ist für den Alltag. Wenn auch nur im Schlüsselbund, jederzeit einsatzbereit. Anbei hat uns O-Light die M2R Pro zugeschickt. Das ist das Nachfolgemodell der M2R mit einer gesteigerten Leistung von bis zu 300 Metern und 1800 Lumen. Aufgeladen wird auch diese Lampe mittels USB-C, denn noch haben wir hier am Ende der Lampe, hier haben wir übrigens auch einen Tasteschalter, so wie oben hier auf der O-Light, sprich wir haben hier zwei Tasteschalter, ob oben auf der Lampe, so wie unten. Aber auch eben den magnetischen Anschluss, dem wirkt ihr die Lampe dann mittels USB-C-Kabel am PC-Laptop dergleichen Aufladenkart. Kommen wir nun zu einer kleinen Neuheit der Firma O-Light, den O-Pen2. Ihr seht ja schon, ein Kugelschreiber mit einer integrierten Taschenlampe. Und ja, die Taschenlampe schaltet ihr oben, ihr folgt ein, die hat eine Funktion mit bis zu 120 Lumen, schreiben könnt ihr natürlich auch, habt ihr hier. Und ich hoffe ihr seht, so ein kleines Raster drin, wo ihr die Miene rausholt und halt schreiben könnt. Ob sich mit dem Stift im Dunkeln gut schreiben lässt, das seht ihr jetzt im Anschluss, genauso wie die anderen Taschenlampen, die sich in der Praxis spricht. in der Dunkelheit schlagen. in der Dunkelheit schlagen auch. entretener die www.bhansmar.de Vielen Dank.